Servus, Grüezi und Hallo! Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Badenfarmer und freue mich, dass du bei diesem neuen Projekt mit dabei bist. Wir starten auf der Map Neuwattelshagen und zwar in der Version 1.0.2. Ich habe also schon das Update dieser Map installiert. Wir werden uns als Lohnunternehmer versuchen, denn die Landwirte der Region haben große Felder und brauchen einen Partner mit leistungsstarken Maschinen. Grundstück und Hallen stehen ausreichend bereit, um unseren neuen Fuhrpark aufzunehmen. Den alten haben wir vollständig veräußert, denn wir konnten mit einem namhaften Hersteller für landwirtschaftliche Großgeräte einen Exklusivvertrag abschließen, der uns nun gute Rabatte bei Wartung und Ersatzteilen einräumt. Im Gegenzug haben wir zwei Drescher und drei Schlepper bestellt, die nacheinander geliefert werden. Also werden wir zu Beginn die Aufträge unserer Kunden abarbeiten. Wir haben einen Düngeauftrag und einen Ernteauftrag erhalten. Wenn der Fuhrpark dann komplett ist, werden wir Land erwerben, um einen neuen Hof und Ställe zu bauen. Aber bis dahin haben wir noch viel Arbeit vor uns. Ich wünsche dir gute Unterhaltung beim Zusehen. Dein Badenfarmer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.